Wir sind hier in Harnklee Boxwiese und neben mir sind die Waldluchse des Harzklubs Weikvereins Harnklee Boxwiese. Seid ihr gut drauf? Ja! Das ist ja wie im Chor. Was singt ihr heute für ein Lied? Mio, mein Freund, da immer schön hingucken. Was singt ihr denn jetzt für ein Lied? Das Steigerlied. Wie lange habt ihr dafür geprobt? Nicht lange. Kannst du es komplett auswendig oder musst du ab und zu noch auf den Zettel gucken? Ich kann es vollständig auswendig. Im Ernst? Na klar! Jetzt kommen die, wer kommt jetzt? Die Waldluchse. Vom Harzklubs Zweigverein Harnklee Boxwiese mit dem Steigerlied. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Schon angezündet. Schon angezündet. Schon angezündet. Hat angezündet. Es wird seinen Schein. Und damit so fahren wir bei der Nacht. Und damit so fahren wir bei der Nacht. Ins Bergwerk ein. 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 Wo die Bergleut sein. Wieder kam das Silber und das Gold bei der Nacht. Wieder kam das Silber und das Gold bei der Nacht. Aus Felsgestein. Aus Felsgestein. Aus Felsgestein. Aus Felsgestein. Umkehr ich heim. Zur liebsten mein. Dann erschallt. Dann erschallt das Bergmanns Gruß bei der Nacht. Dann erschallt das Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Wir werden Leute sein. Kreuz warme Leute. Denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Und laufen Schnapps. Und laufen Schnapps. Wir werden einmal verborgen. Drei, vier, drei.